Musik Wochenlang liefen die Vorbereitungen zur fünften Marktretenbacher Viehscheid, der ersten in diesem Jahr im Allgäu, auf Hochtouren. Ich habe da eine Alpe in Teikirchdorf und in Marktretenbach helfe ich eben raus. Da bringe ich meine ganzen Schäuern mit und alles. Vielleicht ein bisschen aus der Bierlaune raus, haben sie das heute so ins Gespräch gebracht, da haben sie gesagt, machen wir mal einen Fischheit. Und die Idee, die kommt vom ehemaligen Vorstand und vom ehemaligen Kommandanten. So, heuer ist das fünfte Mal. Hallo, ich bin Julia Wiest. Wir gehen mit. Ich freue mich auch. Ja, ich freue mich auch. Wir haben die Bauern und die Treiber etwas außerhalb auf dem Sammelplatz in Maltretenbach. Dabei beobachtet, wie sie ihre Rinder mit den Glocken schmückten und dem Leittier einen prächtigen Blumenschmuck aufsetzten. Und los ging's. Musik 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 Der Zug der Rinder ging quer durch den ganzen Ort, bis zur Pfarrwiese. Ganz in der Nähe gab's dann das wohlverdiente Bier, eine Brotzeit, verschiedene Spitzereien in den Marktständen und natürlich viel Abwechslung für die Kinder. Musik Wir haben vor fünf Jahren ein paar Männer gehabt, die bei der Feuerwehr sind und die gesagt haben, wir wollen eigentlich das unseren Menschen geben, was uns hier ausmacht. Nämlich die Tradition, die Überlieferung und vor allem auch hier das schöne Allgäu mit den Tieren, mit unseren Schumpen, wie wir sagen, den Jungtieren. Und im Endeffekt war dann schon das Fest geboren. Wir hatten damals ganz besonders auch daran gedacht, dass wir hier im Markt Rittenbach, im Landkreis Unterallgäu, mit sehr viel Milchviehbestand haben, dass das eigentlich auch unser Allgäu ausmacht und dass wir natürlich alles, was um eine Viechheit herum, um eine Viechheit ganz besonders auch ausmacht, dass wir das den Menschen zeigen wollen. Und wir feiern gerne und sind gerne mit Menschen zusammen. Und so wurde diese Viechheit geboren. Und mich freut es, dass so viele heute auch wieder mitgekommen sind. Und ich darf sicherlich heute zu dieser fünften Viechheit schon sagen, wir laden herzlich ein nach Markt Rittenbach zur sechsten Viechheit. Musik Musik Mir hat es sehr gut gefallen. Die Leitkuh ist ja sehr schön geschmückt. Ich bin auch zum ersten Mal hier. Wir waren bisher auf andere Viechheit. Und uns hat es auch allen sehr gut gefallen. Ich bin von da, für mich ist es nicht fremd. Und ich finde, wenn man die Tradition erhält, das ist eine tolle Sache. Und es sind viele ältere Leute, die schätzen, die, die nicht mehr so weit fahren wollen, wie zum Berg rein. Das reicht uns. Das ist nicht so groß, wie wenn wir nach Oberstorf oder ganzes Ritt kommen und andere Orte. Und das gefällt uns. Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020